Na hallo zusammen, hier ist wieder Heuchela und heute bin ich wieder für euch in Battle for Assetten Riks. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute geht es um ein schickes Seepferdchen-Mount, was ihr hier vor mir seht. Und zwar ist das Fabius und das kann man sich relativ einfach jetzt mit Patch 8.2 erfarmen. Und zwar befinden wir uns einmal hier in Nasiata, hier oben auf den Koordinaten 27, 30. Und hier sind wir in so einem kleinen Merlock-Lager und dort spawnt ein Seepferdchen und zwar Fabius an sich. Und dieses Seepferdchen können wir dementsprechend uns das Mount holen. Aber es funktioniert nicht so, dass wir Fabius einmal töten, sondern wir müssen ein Foto von uns und Fabius schießen und bekommen dann automatisch das Mount. Das funktioniert folgendermaßen und zwar müssen wir uns einmal die Selfie-Kamera, das ist ein Spielzeug, das man sicher spielen kann. Das gibt es schon seit Warlords of Draenor in etwa. Und da müsst ihr einfach die Selfie-Kamera rausholen, während Fabius da ist, ein Selfie machen, wo ihr und quasi Fabius drauf seid. Und dann bekommt ihr es, wie ihr seht, hier einfach ins Inventar, habt das Mount und könnt dann mit ihm rumschwimmen. Ist übrigens Unterwasserreit hier, heißt ihr müsst unter Wasser sein, dass ihr mit dem Ding reiten könnt. Und mehr ist es nicht. Es soll euch gesagt sein, dass Fabius, so wie die Quellen momentan sind, anscheinend eine Drop- oder eine Spawnzeit von 2 bis 8 Stunden hat, heißt er ist relativ selten da. Was ich euch empfehlen kann, wie es ich relativ schnell bekommen habe, einfach ins Suchtool gehen, nach Fabius suchen unter Benutzer definiert. Und da gibt es dann Gruppen. Ich habe mich einfach wo reingecueht, war hier gestanden, die hatten Fabius gefunden und ich habe ein Foto gemacht und habe meinen Mount gehabt. Also ich habe vielleicht hier eine bis zwei Minuten investiert. Guckt da einfach ein bisschen im Tool, da sollten eigentlich in nächster Zeit einige Gruppen quasi ein bisschen hier rumfarmen. Und dementsprechend könnt ihr euch vielleicht diese Campzeit sparen, wenn ihr ein bisschen Glück habt, so wie meiner einer. Ja, das war es mit dem kleinen Video. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Sollte es der Fall sein, würde ich mich freuen, wenn ihr positiv werdet. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao!